Regisseurin ist ein wunderbarer Beruf und das Tolle ist, dass man sich zusammen mit seinem Team eine eigene Welt ausdenkt, in der man die Geschichte erzählt, mit den Figuren, mit den Charakteren und sich dann noch mit wunderbarer Musik beschäftigt und Literatur. Also was gibt es Besseres? Sehr schwierig. Alleine schon, also man hat einmal mit den ganzen Abständen zu tun natürlich, was Massenszenen wahnsinnig schwierig macht, aber auch, also eigentlich jede Szene, aber besonders dann auch nochmal Liebesszenen in drei Meter Abstand, wenn man sich ansingt, sind noch eine ganz andere Herausforderung, wofür man Lösungen findet, aber die Palette, sage ich mal, der Ausdrucksmöglichkeiten wird sehr schmalt. durch die Corona-Bedingungen und noch dazu dann, jetzt in der Situation, wenn man gar nicht weiß, ob eine Premiere stattfindet, wann eine Premiere stattfindet und aber man trotzdem diese ganzen Regeln einhält und dann es doch nicht stattfindet, das ist schon eine sehr, also für alle eine sehr schwierige Situation, Ja, Ella ist eine ganz besondere Figur für mich oder für uns, für mein Team. Ella ist ja unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen, hat beide Eltern verloren und wird unterdrückt von Madame und gepiesackt von den Schwestern auch, nicht so schlimm wie von Madame, aber, also es ist nicht einfach für sie und sie schafft es aber trotzdem, sich ihr gutes Herz, ihre Freundlichkeit zu bewahren und kämpft diesen Kampf gegen, sozusagen gegen die Verbitterung und schafft das dadurch auch den Prinzen zu begeistern und eben dann mit ihm zusammen die ganze Welt zu verändern, die ganze Gesellschaft, in der sie leben. Und Ella lebt auch in ihrer Fantasiewelt, das ist wie eine Flucht dann auch in ihre Fantasien und dadurch schützt sie sich auch vor dem Bösen, kann man sagen. Und da hat sie uns ein bisschen auch erinnert an die Figur Amélie aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amélie, auch eine ganz besondere Figur und ja, das ist für uns ist da durchaus eine Parallele da, dieses Mädchen, was eigentlich sich den Weg erkämpft zur Emanzipation durch ihre Fantasien und durch ihre Freundlichkeit. Da muss ich jetzt gerade überlegen, also ich habe auf jeden Fall als Kind den Cinderella-Film gesehen von Disney und da weiß ich noch, dass mir die singenden Mäuse am besten gefallen haben. Und sonst dann später erinnere ich mich auch an einen Cinderella-Moment, aber das ist dann ein Erwachsenenfilm gewesen und zwar Manche mögen es heiß mit Jack Lemmon und Tony Curtis, wo die beiden sich als Frauen verkleiden, um in einer Damenbend mitzuspielen und wegen der Mafia unterzutauchen und da verliert nämlich Jack Lemmon seinen Schuh als Dame und ein reicher Millionär gibt ihr den Schuh wieder, ihm, ihr den Schuh wieder und da sagt er, ich bin Osgold Fielding, der Dritte und Jack Lemmon sagt, Dankeschön, ich bin Aschenputtel, die Zweite. Und das ist eine andere mit dem Namen Aschenputtel und Cinderella, eine andere, große Erinnerung. Und das ist eine andere, große Erinnerung, die Best Picture in der U-L-L-L-J-A-N-U-N-G-P-A-N-W-A-N-W-A-G-L-A-N-G-A-N-N-L-D-O-S-T-R-A-N-S-T-R-A-N-D-I-C-H-I-C-A-N-D-I-C-H-E-S-T-B-A-N-D-I-C-A-N-G-A-N-D-I-C-A-N-D-I-C-G-A-N-D-I-C-A-N-D-I-C-A-N-D-I-C-A-N-D-I-C-A-N-D-I-C-G-A-N-D